So, guten Morgen und wir fackeln gar nicht lang und gehen sofort wieder rein, weil ich will dringend diesen Loot haben. So, Energieschild. Dann, ich hab das heute schon wieder vergessen, ne hab ich nicht. Ich dachte grad, ich narr, aber bin ich doch kein Narr. Das hier weg, das hier weg und das hier. Und alle mitgenommen, was nicht nid und nagelfest ist. So. Lieber nochmal, aha, zum Glück hab ich nochmal nachgeguckt, ne. Gut, wir haben vor allem das, was wir für das Portal brauchen, soweit so gut, die 10 Kohle. Habe ich die eben gerade nicht rausgeworfen oder habe ich sie rausgeworfen und gerade wieder aufgesammelt? Keine Ahnung, wie auch immer, hier diese Treppe ins Nichts. So, den muss ich kurz killen. Also muss ich nicht, aber will ich. Ach, da wie viel Leben. Wir haben das auf Max geskillt. Willst du mich eigentlich flachsen? Gut. Äh, hier rauf. Läge die Lake natürlich. Warum auch immer. Und rüber da. Dann haben wir hier unseren restlichen Loot. Hätte ich aussortiert, ne. Ja. Das heißt, hier machen wir mal so. Verschiedenes Portal. So. Können die restlichen Gegenstände bergen und hier mitnehmen, was geht. Dann bringe ich das erstmal weg. Ja. Und hole alles, was wir brauchen für den Rambock. Ach ja. Na klar. Warte. Festung 1 war das. Das war ja nicht unser Reiseportal. So. Hör. Hör. Dann laufe ich mal kurz hier rüber und schmeiße den Loot weg, den wir nicht brauchen. Hm. Das. 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 Und die Kohle. Das hier brauchen wir. So wie den. Die bringe ich mal unten in die Garderobe, damit wir sie griffbereit haben. Also nix wie runter und es fängt schon wieder an zu laggen, natürlich. Oh Mann. Aber gut. Und die packe ich ja auch rein, ne. Als Füllmaterial. Ja, hier zwei Knochen schmeiße ich hier mit auf den Haufen. Und außerdem können wir hier unseren Magie-Stuff reparieren. So. So. Und wir nehmen alles raus, was wir für den Rambock brauchen. Das ist das, das und das. Ich gucke lieber nochmal nach, sonst laufen wir nachher zweimal. Aber ja, das war's. Und Holz. Ja. Natürlich Holz. Als Dingensmaterial. Ich nehme mal zwei mit. Ich glaube das reicht. Oh. Ja, dann nehme ich drei mit. Ist auch egal. Ähm. Hauptsache das Ding läuft lang genug. Aber eigentlich reicht ein Holz völlig aus. Flauschi. Du bist unheimlich süß. Aber auch im Weg. So. Das kommt weg. Und jetzt schiebt er mich weg, ne. Naja, gut, okay. Ich habe ihn auch gerade weggeschoben. Sie. Auch gerade weggeschoben. Brauche ich mich nicht wundern. Gut. So. Dann sind wir. Und dann mache ich das Ding hier einfach mal, keine Ahnung, hier so hin. So. Dann hier hinten. Holz rein. Drei sollten reichen. Nutzen. Und let's go. Bitte das Portal nicht zerstören. Trifft das Portal nicht, ne. Sehr gut. Bam. Oh, da ist schon ein Loch drin. So. Jo. Sehr gut. Und wir haben sogar Glockenfragmente. Lobet den Herren. Was haben wir hier Feines? Guter Knochen. Flammenkerne. Er hat 17 Stück Münzen. Guter Schädel. Iolit. Nein. Ich will keine Ioliten. Ich will Blutsteine. Verdammt. Gut. Ähm. Was war hier für ein Text gerade? Der hier war das, ne. Gut. Ähm. Die geschmolzenen Kerne nehme ich natürlich auch mit. Und dann mache ich mal das Ding hier kaputt. So. Glockenfragment. Vier Stück. Und hier ist irgendwo ein Vieh. Außerhalb der Grenzen irgendwo, ne. Gut. So. Das hätten wir schon mal. Wir haben zwei Schädel. Ja. Aber wir haben nicht einen Blutstein gefunden. Den Loot bringe ich aber trotzdem schon mal in Sicherheit. Und hier liegt noch ein bisschen Stuff. Und ich habe auch übrigens, äh, gelesen, diese Stacheln, die, die außen dran sind und die so nach oben gucken, geben wohl auch Erz. Also ich glaube Bronze geben die. Und natürlich könnte ich jetzt deswegen hier die komplette Mauer einreißen. Oder das Ding hier. Aber will ich gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie. Verplan. Was droht das hier eigentlich? Oh, Ascheholz. Gut zu wissen. Ja, und da ist irgendein Vieh. Wahrscheinlich ein Morgan. Ich gucke mal kurz. Jo. Könnte ich einen Troll hinschmeißen, ne. Viel Spaß damit. So. Sehr gut. Der kümmert sich schon drum. Und das Ding hier bringe ich wieder vorsorglich zurück. Ja. So. Sehr gut, dass es doch brennt. Also, es ist nicht so gut, dass ich brenne, aber... Äh, warte mal. Ja, verliert richtig schnell Leben dadurch. Gut. Das nimmt uns Arbeit ab. Hör damit. Zum Pfingstkern. Ach ja, na klar. Wir sind jetzt überladen. Das Ascheholz kann ich noch mitnehmen. Und Flammkern. Dann nehme ich das mit anstatt einen Knochen. So. Wir sind vollkommen überladen. Vor allem mit dem sehr guten Loot. Das tut sehr gut. Hör. Hör vorragend. Da schleppen wir mal alles rüber. Vor allem haben wir auch wieder ordentlich Flammkern gefunden. Das ist sehr gut. Da müssen wir gar nichts abernten. Also, mit dem, ne. Mit Mini und so. Sondern können das schön so machen. Das ist sehr entspannt. Und das hier schmeiße ich mal alles runter. Die zwei, die zehn und 20 Ascheholz. Das heißt, ich schmeiße alles bis auf 20. Also, vier. Schmeiße ich runter. Und das behalte ich. Hm. Den Stein behalte ich auch mal. Den brauchen wir gleich. Das brauchen wir nicht. Dann bringe ich das Ding erstmal wieder runter. In die Garderobe. Damit wir es wieder griffbereit haben. Das hat sehr gut funktioniert. Auch ein Tipp aus den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir hier schön das Ding. Das Ding. Und das Ding. Und dann würde ich sagen. Wir haben jetzt die Festung erobert. Festung 1. Festung 2 in Anführungsstrichen ist unser Reiseportal. Ich könnte jetzt das Portal zurücklassen. Ich schaue mal kurz. Hm. Weil hier ist Festung 1. Das ist die Festung, die ich eingetragen habe. Und hier unten haben wir noch eine gefunden. Ich könnte einfach zu der Festung wieder gehen. Und wir gehen zu Fuß hier runter zu dem Reiseportal. Wobei ich nicht weiß, wo das ist. Ich gehe kurz rein, um es mir zu markieren. Wobei ich natürlich hoffe, dass jetzt keine Feinde kommen. Schnell, 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 schnell. So. Reise. Und tschüss. Hervorragend. Dann können wir hier durch. Und können hier alles abreißen. Also Portal weg. Und das weg. Und ich gucke nochmal, ob ich hier auch keinen Loot übersehen habe. Ich glaube aber nicht. Ja, hier liegen noch so Knochen und so. Aber. Hm. Oh, nicht ein Blutstein. Das finde ich doof. Ich will Dundere endlich herstellen. Und natürlich den Trollstab auf 3 machen. Dafür brauchen wir auch noch 2 Blutsteine, glaube ich. Hm. Na ja, gut. Äh, da kann ich mal ein X drauf machen. Und wir müssen nach da unten. Da sind Ruinen. Was? Der lebt noch? Nein! Oh, fuck it, Alter. Come on, ey. Ey, das ist jetzt wirklich nicht wahr, ne? Vor allem das Portal gerade abgerissen. Fühl uns sicher. Und dann hat der verdammte Hexenmeister... Der war auf dem Turm, kann das sein? Gut. Unsere Sachen liegen jetzt da in der Festung. Das Portal habe ich gerade entfernt. Sehr schön. Äh, das spule ich vor. Das, ähm, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da oben ist er. Äh, ich habe mir jetzt bei eben doch das Festungsportal hier wieder hingebaut. Aber ich reiße das hier jetzt ab. Da ist noch unsere Leiche. Ich mache mal ein Energieschild. Und hol den Rest. Und schnell wieder weg. Bevor er wieder seinen verdammten Zauber macht. Entschuldigung. Aber meine Motivation geht gerade wieder allmählich in den Keller. Ich will hier einfach abhauen. Gar kein Bock mich um den zu kümmern. Ich bin hier eben gerade nochmal gestorben. Und weißt du was? Ich, äh, lass das, ich lass das, ich lass das hier jetzt einfach. So. Dann haben wir halt 20 Edelholz, 10 Augen und 2 Südlichskerde verloren. Na und? Ich nenne das jetzt Festung 1. Wohl, eigentlich schade, ne? Weil es dann einen Namen hat, den ich, dann kann ich Festung 1 nie wieder verwenden. Aber weißt du was? Das ist mir völlig egal. Wobei ich doch, 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 doch. Ich habe gerade eine Idee, wie wir das lösen können. Ich hole mir mal kurz noch ein weiteres Zwischenportal. Ich weiß, das ist vielleicht ein wenig umständlich. Aber dann haben wir auf jeden Fall keine Sachen. Also dann sind wir nachher nicht irgendwie am Hasseln und ey, was hatten wir denn jetzt verbraucht und was hatten wir noch nicht und blablabla. Sondern haben wir hier alles schön mit Ordnung. Einen Moment. So. Dann Feuer. Zwei Südlingskerne. Dann bauen wir hier kurz ein Zwischenportal mit irgendeinem Kauderwelsch. Ihr kennt das ja schon. Dann können wir nämlich das Portal einfach getrost zurücklassen, weil dann pfeife ich drauf. Hätte ich gleich so machen sollen, bin ich ehrlich. So. Irgendwelche komische Buchstaben. Und hindurch. So. Hier eintragen. Zack. Reconnecten. Und tschüss. So. Und jetzt reißen wir. Boah. Legge die Leck. Reißen wir den weg. Und den. Jetzt kommt mal wieder klar. PC. Bitte. Es sind doch nur die Ashlands. Habe übrigens gesehen, dass sogar bei Top-PCs die Ashlands legen. Also. Dass sogar die. Wie gut der PC ist. Überhaupt nicht zur Debatte steht. Sondern. Das ist. Es lag einfach. Gut zu wissen. Okay. Äh. Reiseubertal. Ja. Ähm. Das war jetzt gerade schon wieder so demotivierend. Aber. Ich will das trotzdem hier voranbringen. Weil ich will endlich Blutsteine finden. Halt. Wir haben hier noch den Hammer. Hm. Warte. Den packe ich hier mit auf den Haufen. So. Und ich hoffe wir sterben jetzt nicht. Nochmal. Aber das hoffe ich ja natürlich eigentlich immer. Und. Let's go. So. Und da haben wir die Festung. Obwohl. Warte mal. Wenn wir hier so dicht dran sind. Da hinten habe ich zwar Gebäude. Da komme ich aber so nicht hoch. Ne. Ich sollte den Belagerungsturm. Das was wir eben gerade gemacht haben. Fand ich gar nicht schlecht. Weil. Dieser Turm nicht zerstörbar ist. Ich glaube ich hole den Stuff mal fix. Und zwar haben wir das ja alles. Gott sei Dank vorsorglich in die Garderobe gepackt. Also nehme ich mir das hier mal raus. Und wir brauchen die hier gar nicht. Sondern. Wir brauchen nur die. Stein. Und ne Workbench. Und da mache ich mal so. Weil den Mana Trank brauchen wir noch nicht. Hm. Fehlt noch was. Ne ne. Das war's. Ich nehme vielleicht noch ein bisschen mehr Stein mit. Sicher ist sicher. Weil. Was zu viel ist. Können wir auch einfach da liegen lassen. Und. Let's go. Ich hoffe der Tag ist noch nicht zu weit fortgeschritten. Ich glaube aber nicht. Energieschild. Und du stirbst. Tschüss. So. Dann. Workbench hier vorne hin. Wieder geschützt vom Dingens. Ah. Hier ist sogar das Tor. Äh. Mache ich mal hier. So. Am besten irgendwie. Wenn das geht. Ja. Da geht. So. Und dann. Sechs. Und dann. An den Stacheln vorbei. Hier so. Mache ich diesmal. So. Ich habe natürlich Angst. Dass die gleich auf mich ballern. So. Und hier noch eine Stufe hoch. Dann mache ich diesmal ein bisschen breiter. So. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch. Passt schon. Und dann. Warte mal. Warte mal. Ich lockte mal kurz hier hinten hin. Ich will hier ein bisschen Ruhe haben. Und ich mich um die in Ruhe kümmern kann. Ich komme hier. Kranken auf den Boden. Die können hier schon mal ein bisschen aufrollen. Alter. Schon wieder Energieschild down. Ist doch nicht wahr. Oh. Was ist denn mit ihm? Ach so. Der ist festgewurzelt. So sieht der Effekt dann aus. Interessant. Der Hexenmeister. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ähm. Vor allem hier beim Portal. Ne. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Der ist schon mal down. Er macht sein komisches Feuer. Soll ich einen Troll beschwören? Ja. So. Volltreffer. Und dann schön auf den Hexer. Dankeschön. Da baller ich mal schön von hinten in seinen Rücken rein. Oh oh. Er targetet mich an. Stirb! Er ist tot. Sehr gut. Den haben wir schon mal down. Ähm. Ja hier der Troll. Oh ah. Okay okay. Ich gehe ja schon. Äh. Gieschelt. Frost. So. Daneben. Shit. Nicht daneben. Ja. Ihr könnt euch da erstmal bekämpfen. Viel Spaß. Und ich mach den Rest. Tschüss. So. Hör mit dem Loot. Und dann wieder zu. Zur Front. Und ich glaube tatsächlich. Ich hab die Stufe hier ein bisschen zu hoch gemacht. Ne. Ich mach die mal wieder ein bisschen weiter runter. Oder hier so ran. So. So ist gut ne. Vielleicht noch ein bisschen. Ja. Dann bin ich hier schön geschützt. Da kann ich dann zum Beispiel sowas. Äh. Oh. Einen Moment. Ich muss mal kurz. Mein Sound refreshen. So. Äh. Kann ich hier ein Troll eigentlich reinballern. Ne. Mach ich mal. Und tschüss. Sehr gut. Dann kann ich hier direkt noch einen reinballern. Oh oh. Ich hoffe der trifft. Nein. Der trifft leider nicht. Shit. Der ging nach außen. Weil ich runtergerutscht bin. Die haben mein Portal zerstört. Oh oh. Das muss ich kurz saveen. So. Fünf. Das hier weg. Und schnell hier hinten wieder hinbauen. Das baue ich mal da rauf. Vielleicht. Oder so. Auf jeden Fall darf ich jetzt nicht sterben. Schön hier den Überblick behalten. Na komm her jetzt. So. Der ist tot. Und. Und. Du bist tot. Und da ist natürlich noch einer. Der hat natürlich auch einen Stern. Na klar doch. Und du bist tot. Ja ne. Also. Also. Ashlands sind echt nicht gut für die Seele. Muss ich wirklich sagen. Also. Boah. Das ist schon wirklich. Wirklich nervenaufreibend. Ganz ehrlich. Puh. Gut. Hm. Ich baue das Portal mal hier hin. Hier so. In der Hoffnung. Dass es da nicht. Kaputt geht. Sehr gut. Der Troll wurde zerstört. Also. Das ist zwar nicht sehr gut. Aber. Das bedeutet. Ich kann da einen neuen platzieren. Dann mache ich das mal. Aha. Alter ist hier was los. Vielleicht erst mal eine Ranke. Oh. Daneben. Faut die vielleicht trotzdem zu. Ja. Sehr gut. Nein. Ich bin wieder daneben. Aber ich habe auch Angst zu hoch zu gehen. Sowieso ist da jetzt gerade erst mal die Flamme. Feuerball. Scheiße. Schon wieder daneben. Bam. So. Oh. Nein. 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 Nicht schon wieder sterben. Nicht schon wieder sterben. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. schön die klappe so und noch ein noch eine racke ja ich weiß hinter mir sein gleich so der hexer ist draußen da werde ich wieder einen troll beschwören kommen wir hierher ich locke die mal schön alle vom portal weg so hierher und attack aus und euch machen wir platt ihr habt ja gott sei denn kaum live sehr gut auf den hexer weg zu schieben so dann kümmert euch mal drum oh man wie viele feinde kommen hier denn noch ey sorry aber ey ich reiße mich wirklich zusammen hier meine kontinence zu bewahren aber meine herren ich habe schon wieder echt so kein bock gut kannst du den mal klären bitte das wäre sehr nett und es wird gerade dunkel das heißt ich gehe auch gleich erst mal pennen so dann dich und jetzt bist du dran vielen dank für deine hilfe aber auf dich nicht mehr so tschüss ach ich will immer sein loot aufsammeln aber der droppt natürlich nix so jetzt aber kurz in die sicherheit kurz pennen gehen und dann nichts wie weiter gemacht so den loot können wir schon mal runter bringen boah das ist ja richtig die fette ausbeute toll gut wie auch immer ich höre mal auf hier so rum zu maulen oder ich meine das ändert ja auch nix dass die aschen lande derzeit ein dezenter abfuck sind das wissen wir ja mittlerweile und wenn ihr selber wahlheim spielt wisst ihr es erst recht auch gut gute nacht guten morgen und direkt nach unten bloß sich die laune verderben lassen ich meine wir kriegen gleich festungs loot also hindurch so hier sind wir und dann würde ich sagen die steht jetzt gerade refreshed hier höre ich schon wieder viecher aber ich glaube das sind die von da oben ich schmeiß wieder ein troll rein die den hammer brauchen wir erst einmal nicht soll ich auf die zinn gehen da sind gerade so wenige ich hoffe wir werden nicht überrannt ich probier's so hier hin in deckung vor den ballisten die da zum beispiel und hier ein troll hin und ich hau ab nein 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 hier runter tschüss so nämlich portal kaputt schnell reparieren so viel zu teuer ich brauch den hammerrad nicht so energie schild so da schmeiß ich was haben sie dich schon gekillt scheinbar ne holy shit okay dann mach ich mal hier ein paar von den dingern hin hier wieder in deckung können die schon mal ein bisschen rumprügeln so dann mach ich hier noch einen hin oh ne oben bitte nicht unten ja so sehr gut prügelt so prügelt doch hä die haben ja gar keinen schaden gemacht warum denn nicht hä da die richten gar keinen schaden an warum denn nicht verstehe ich nicht so ganz das ist natürlich feuerball tschüss das ist Untertitelung des ZDF, 2020